Entschuldigung, jetzt bin ich dort schon wieder gefragt. Ja, braun! Du möchtest, dass ich an der Wiener an der Söhne will. Könntest du die Wiener-Idiose verheben? Könntest du die Gänze machen? Hey, dann doch wieder doch. Du bist doch nicht gekommen. Du bist doch ganz g'schart. Ja, das ist ganz g'schart. Aber wirklich so, du schaffst es doch jetzt nicht wissen, ob es die Gänze ist. Und da weiß ich ja nicht, was man fährt. Und da weiß ich ja nicht, was man fährt. Aber im Grünen, da habe ich schon wieder einen neuen Job gemacht. Ich werde das nicht aufallgegeben, der Rolls-Roll-Geluss. Und da habe ich doch alles schon gesagt. Aber jetzt ist doch ein echter Wiener-Idiose. Und dazu habe ich ja auch einen neuen Säfchen. Und da bin ich einfach, aber da habe ich keine Angelegenheit und Geschäftsführer-Informat geschickt. Aber ich habe ja eine Angelegenheit, der auch noch so gut ist. Aber ich denke, da habe ich mich auch noch mal den aus der Sutter-Riefen. So genannt, wie wir uns vor ihm geholt. So, der Romain Bonap, die schafft für uns als die Affen. Und wir mit ihm, den Susann Ruf, machen Brutal. Und die Festen ist an der Röpfung, auf jeden Fall, an der Wagen, nachdem wir machen würden. Der ist immer so gut. Der ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Vielen Dank.